Neben den bewährten Socken und Calf Sleeves hat CEP auch Sportswear im Sortiment. Die CEP Shorts und Tights sorgen für mehr Energie, Leistung und Dynamik, also genau das, was ihr beim Sport braucht. Das klimaregulierende Gestrick sorgt durch die anatomische Passform für einen perfekten Sitz und optimalen Tragekomfort. Der exakt definierte Druckverlauf im Oberschenkel- und Wadenbereich fördert die Durchblutung. Das verschafft euch mehr Energie und Ausdauer und verhindert gleichzeitig Muskelkater. Die Run Shorts 2.0 sind die perfekten Begleiter für die warmen Tage. Als kurze Shorts garantieren sie die volle Kompression an den Oberschenkeln. Damit liefern sie Energie und Dynamik bei voller Bewegungsfreiheit. Die Run Socks 2.0 sind die perfekte Ergänzung zu unseren kurzen Shorts. Wer die Kompression von CEP am ganzen Bein spüren möchte, ist mit den drei Viertel oder den Run Tights 2.0 bestens beraten. Hochwertigste Materialien und die beste Verarbeitung sorgen für den maximalen Komfort und optimales Klima- und Feuchtigkeitsmanagement. Mehr Informationen zu unserer Sportswear findet ihr auf unserer Website oder bei einem Fachhändler in eurer Nähe.